Hallo und herzlich willkommen zu den 4 besten Tablets. Heute schauen wir uns 4 Variationen von Tablets an, welche vielleicht deinen Geschmack treffen, wo es Unterschiede zwischen den Einzelnen gibt, damit du den findest, wer für dich am besten passt. Und wir gehen noch ein bisschen aufs Zubehör ein und was sie so können, damit du auch noch weißt, was du machst, damit sie perfekt klappen. In diesem Sinne, bleib bis zum Schluss dran, damit du weißt, welcher für dich am besten ist. Los geht es mit dem Samsung Galaxy Tab S5e. Dieser kommt mit einer guten Hardware daher und kostet immer noch im mittleren bis etwas höheren Bereich. Zahle bezahlst du hier 430 Euro, kriegst dafür aber auch eine Menge an Funktionen, welche diesen Geldwert auch wieder ein bisschen rausholen. Zum einen geht es damit los, dass du 128 GB Platz hast. Das heißt, du kannst da gut Sachen sparen, Apps drauf installieren, du kannst ein paar Bilder damit machen. Und des Weiteren gibt es auch noch 6 GB Rahmen. Rahmen, das ist dafür, dass alles schön flüssig läuft, wie Multitasking. Gerade bei Tablet finde ich es wichtig, genug Rahmen zu haben, denn da du vielleicht auch mal diese Apps in zwei Modus machen willst, zum Beispiel in einer Tastatur und im anderen schreiben, oder zum Beispiel, du hast eine Webseite hier auf und willst währenddessen noch ein Notizbuch schreiben, dann ist genau das hierfür sinnvoll. Des Weiteren hat es eine Funktion, welche auf jeden Fall wichtig ist. Und zwar, du kannst 15 Stunden Video anschauen damit, da du 7000 mAh Akku kriegst. Das Ding ist ja, so ein Tablet hat generell die recht ähnliche Hardware wie so ein Handy. Allerdings, Handy haben kleinere Akkus, dass sie auch kompakter sind. Wenn du es also in ein Tablet, welches man einen größeren Bildschirm hat, welches man Strom verbraucht, einen größeren Akku reinhaust, kannst du auch mehr erzielen dadurch. Und dadurch, dass der 7000 hat, anstatt normal 4000, kriegst du ja wirklich 15 Stunden durchgehend Videos schauen oder auch Spiele spielen und so und kannst ihn perfekt auf Reisen mitnehmen, was natürlich ein großer Bonus ist. Des Weiteren kommt er noch mit dem Octa-Core-Prozess, das heißt, einfach ein guter Prozess, mit dem du Spiele spielen kannst. Und er wiegt 400 Gramm. Das musst du dir einfach bedenken, wie es so ungefähr ein halber Kilo ist. Ein normales Handy wiegt 200 Gramm, das heißt, du nimmst einfach dein Handy und überlegst, wie viel es wäre, wenn es doppelt so viel wiegt, wenn du das am Pass und du denkst damit, dass du zufrieden bist, dann ist es eine gute Alternative und es kommt natürlich auch noch mit einem OLED-Bildschirm daher, was heißt, es macht schöne Bilder, welche auch klar wirken und schwarz wird am besten dargestellt, also gut für Videos geeignet. So, Zusammenfassung, großer Preis, aber du kriegst auch eine Menge an Features und Samsung bietet noch so schöne Hüllen an, die sind magnetisch und die kannst du dann so aufstellen, wie ich auf jeden Fall sehr gut gelungen finde oder du kannst natürlich auch eine Hülle mit einer Tastatur holen, das heißt, wenn du einfach mal schnell auf dem Weg ist und da los bist und mal schreiben musst, holst du die Tastatur raus, schreibst hier schnell was und dann geht es auch schon weiter mit deiner Fahrt oder du machst, was du auch immer damit machen wolltest. Weiter geht es mit dem Samsung Galaxy Tab A. Das ist jetzt eher so ein Tablet, da habe ich dir was Billiges rausgesucht. Wenn du eher auf dem Budget bist und denkst, ich will jetzt ein Tablet haben, ein bisschen damit rumspielen, aber eigentlich soll es nicht die Welt kosten, dann ist der gut, denn der kostet gerade mal 210 Euro und dafür kriegst du natürlich auch ein paar Sachen, die weniger sind, aber alles in allem ist er noch gut nutzbar, das heißt, es ist nicht so wie ein 100 Euro Tablet, wo du dann anmachst und zum Beispiel der Startknopf gar nicht mehr geht oder so, die Probleme gibt es wirklich bei sowas, sondern es läuft immer noch flüssig und du kannst es auch benutzen. Dass die Daten hierbei sind, der kommt mit 3 GB RAM, das reicht für einzelne Aufgaben, Multitask, also viele Apps im Hintergrund, solltest du dir eher ein bisschen nicht so gut machen, aber für einzelne Apps auf jeden Fall genügend. Des Weiteren kommen wir mit 64 GB Speicherer, da Android bereits so 10, 15 Eintasten, noch so 40 GB übrig, die du dann komplett für dich benutzen kannst. Und die Batterie ist 6150 mAh Batterie, das ist wiederum, da finde ich, haben sie nicht gespart, das ist eine gute Batteriegröße und der kommt allerdings mit 470 Gramm daher, das heißt, sie haben hier nicht auf leichte Materialien gesetzt, sondern eher ein bisschen schwierigere, aber halt auch billigere Varianten. Und er ist mit Android 9, was nicht das Neuest ist, aber die zweitneueste Android-Version und mit der geht es natürlich auch immer noch gut. Sollte dir dieses Video bis hierhin gefallen, dann würde ich mich natürlich über einen großen Like freuen, wirklich ganz groß, denn du unterstützt meinen Kanal damit und du siehst auch, du gibst mir einfach zu zeigen, dass es sich lohnt, diese Videos zu machen und dir dabei zu helfen. Unser drittes Tablet ist ein bisschen ein besonderes Tablet und zwar das Microsoft Service Go 2. Vielleicht sagt dir das jetzt schon was von Microsoft und zwar kriegst du hier kein Android drauf, sondern Windows. Dadurch hast du ein System, mit dem du alles machen kannst, was du eigentlich auch mit dem Handy nicht machen kannst. Es gibt ja immer mal wieder so Anmeldungsfälle, wie zum Beispiel Video bearbeiten oder halt generell auf den Webseiten surfen, das ist ein bisschen angenehmer mit Multitasking. Allerdings, du musst natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen und zwar kommst du jetzt im Bereich mit 650 Euro. Das ist jetzt schon ein höherer Bereich, du bist langsam im Bereich, wo du dir auch gute Laptops kaufen kannst für dieses Geld, aber da du ja auch noch ein Tablet suchst, ist es wahrscheinlich eh keine Frage und das ist aber eine Überlegung wert, sich so ein Tablet mit Windows zu holen, vor allem dann, wenn du jetzt gerade viel unterwegs bist und auch mehr Optionen haben willst, zum Beispiel viele Webseiten rumherscoren willst oder einfach mit Windows gewohnt bist. Du kriegst hier einen Intel M3 2 Core, das heißt, er hat zwei Kerne, ist nicht die Welt, aber es reicht immer noch, um einigermaßen flüssig zu laufen. Also, was du ja nicht erwarten kannst, ist ein Windows-Rechner, der extrem schnell und flüssig läuft, aber du kannst erwarten, dass wenn du einzelne Aufgaben machst, wie zum Beispiel, du machst jetzt Word auf oder benutzt auch Excel, dann ist das auf jeden Fall gut dafür. Das weitere hat noch eine 128 GB SSD, was ein bisschen zu ist für den Preis. muss man halt mit leben oder du tust noch eine externe SD anschließend, denn falls du jetzt gleich die Games damit spielen willst oder so, dann wird es gerade bei Windows schnell voll und der Platz könnte ein bisschen mager werden. Doch er kommt mit einem sehr guten Gewicht her und zwar wiegt er gerade einmal 544 Gramm, was ein bisschen mehr als ein halbes Kilo ist und nicht viel mehr als normale Tablets. Nummer 10 dafür kriegst du ein ganz anderes System und Ökosystem wäre es, je nachdem was du machst, um einiges besser sein kann. Der Nachlass ist natürlich, die Batterie wird ein bisschen weniger sein. Du kriegst hier 10 Stunden mit 26,8 Wattstunden und zwar wird es bei Windows-Rechnern in Wattstunden eingegeben, ist anders wie Milliampere, aber deswegen verlässt du dich eher darauf, wie lange du damit arbeiten kannst. Diese 10 Stunden sind eben der Wert, den du benutzen kannst. In diesem Sinne ist das so ein guter Sache, solltest du Windows benutzen wollen oder einfach auch gerne Multitasken machen, dann würde ich dir dies empfehlen und vor allem, wenn du dir noch eine Tastatur dazu holst, ist es eine gute Kombination, die es Spaß macht, auch fürs Studium oder so zu benutzen. Jetzt sind wir auch schon beim letzten Tablet angelangt und zwar an den Lenovo Tab M10 Full HD+. Das ist der mit dem niedrigsten Preis, wo ich immer noch mit gutem Gewissen empfehlen kann. Das ist jetzt keiner, der mal abstürzt oder die Apps plötzlich nicht mehr funktionieren, sondern du kriegst immer noch die ganzen Funktionen, die man so erwartet, nur zum billigen Preis und mit ein paar Kompromissen, die du halt auch eingehen musst, wenn du für 160 Euro ein Tablet haben willst. Aber gehen wir erst auf seinen Vorteil ein und zwar kriegst du einen 10,3 Zoll Full HD-Bildschirm. Das heißt, er ist schön groß, besser als andere Tablets, die nur 9 Zoll sind, aber die Auflösung ist mittel. Normale Handys oder gute Handys haben schon 4K, wie ich allerdings finde, Full HD ist immer noch genug, solltest du jetzt nicht gerade so dran stehen, sondern ein bisschen Abstand zum Tablet haben, dann kannst du deine Videos immer noch in schöner Qualität genießen. Des Weiteren kommt jetzt allerdings nur mit 2 GB RAM daher, das ist auf keinen Fall richtig viel, das würde ich dir gerade so, wenn du jetzt wirklich, schon für Games könntest du ein bisschen kritisch werden mit 2 GB RAM. Das heißt, um das Realiste zu sehen, du kannst damit gut Internet zubenutzen und so, kannst auch damit Musik und alles anschauen noch im Hintergrund, das kriegt man alles hin, aber wenn es dann anspruchsvoller wird, dann wird dieses Tablet langsam seine Grenzen kriegen. Deswegen ist er so für Casual leichte Aufgaben gedacht, vor allem wenn du unterwegs sein bist und kleine Spiele spielen willst, die nicht viel verbrauchen, wie zum Beispiel, falls du noch Poo kennst oder Subway-Server, dann kannst du das damit machen. Des Weiteren kommt er noch mit 5000 mAh, damit hält er vielleicht so 9 Stunden, ist, wie ich finde, immer noch gut genug für eine lange Session, aber auch nicht die längste Zeit und er wiegt 460 Gramm, was für seine Ausstattung ein bisschen viel ist, aber dadurch, dass seine Größe wieder höher ist, finde ich das auch noch recht angemessen und deswegen würde ich sagen, solltest du auf der Suche nach einem sehr guten Preis sein und nicht die besten Features wollen, sondern dich eher mit weniger zufrieden gehen und nicht dem schnellsten, dann ist dieser eine gute Alternative für dich. In diesem Sinne würde ich mich noch freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und mir einen Daumen nach oben gibst, da es natürlich den Channel unterstützt und mich auch freut. Vielen Dank. Sohine.